Ich will nicht noch mehr von diesen Kackviechern haben. Bitte, bitte, bitte. Habe ich noch eine Taschenlampe? Sehr schön. Habe ich sie alle erledigt? Oh. Was ist das denn? Was ist das für eine fetzige Waffe? Wow. Wow. Eine vierläufige. Ah, verdammt. Schießt die alle vier auf einmal? Krats. Tut sie. Ähm. Ich sollte aufhören, sonst habe ich gleich keine Munition mehr. Deswegen gucken wir uns hier auch noch ein bisschen um. Denn wir brauchen dringend Muni. Ih, was ist das? Schön. Auch wieder ein Schrot mit einem verbesserten Kolben. Echt alles sehr merkwürdig hier aus, ne? Ist das ein... Ist das ein Grafikfehler? Es muss ein Grafikfehler sein. Das tut mir sehr leid. Generell ist es einfach so... Ähm... Metro ist nicht so für meine Grafikkarte halt ausgelegt. Ich kann halt auch nicht alle Effekte aktivieren. Ich habe halt eine AMD und mittlerweile wird halt nur noch... Größtenteils für Nvidia... Grafikkarten... Gebaut. Was halt sehr schade ist. Oh nein. Ich will nicht noch mehr kämpfen. 17 Schuss. Das bringt mir nichts. Ach. Und muss ich... Ah, das ist eine Motte. Ich muss hier runter. Was? Was? Boah. Gott sei Dank kann ich da fünf Schuss reinladen. Oh wei. Erst mal wieder Licht anmachen. Was? Wo? Boah, wer knuspert denn hier? Knusper, knusper, knäuschen. Oh, scheiße. Oh, fuck it. Aber hier waren... Ich bin ja immer noch auf dem Fersen, ne? Da. Hier. Einer. Was ist das? Ah, egal. Schrot. Schrot ist gut. Schrot. Immer schön Schrot. Wie gesagt, das ist das Spiel. Ja, das einzige Spiel, wo ich echt gerne eine Schrotflinte habe und nutze. Und, äh, die werde ich wahrscheinlich jetzt auch brauchen. So wie das hier alles tot rumliegt. Und mal gucken, ob wir noch ein bisschen extra Mund finden. Indem wir hier ein bisschen uns durch die Gegend schleichen und nach Sachen Ausschau halten. Aber, ähm, nein. Es ist nicht der Fall. Okay. Was ist das? Wo? Wow. Scheiße. Scheiße. Okay. Zwei Schüsse ins Gesicht ist wirklich super. Oh Gott. Verdammt, ey. Ich sollte nicht so einen Blödsinn machen. Ja, okay. Ähm. Habe ich das Ding jetzt gezogen? Ja, ne? Na, kommt her. Okay. Erste Runde geschafft. Okay. ục rate. Ehm. Ich Kwene. Es läuft gleich echt schlecht, wenn ich... Hallo! Nein, verdammt! Jetzt geht der Spaß wieder los, ich hab keinen Bock da drauf! Warum, warum müssen hier so verdammt viele von den Fischern kommen? Ja, vielleicht so? Ist das der einzige Eingang hierhin? Ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Kommen da noch welche? Kommen da noch welche? Haben wir es? Haben wir es? Ich will da rein. Oh mein Güte. Alles klar. Und es wässert. Oh meine Güte. Tja, was soll ich dazu sagen? Uns geht jetzt echt die Munition aus. Wir haben nicht so die geeignetsten Waffen. Normalerweise balle ich ja hier mit der voll drauf. Wo wir jetzt auch noch 10 Schuss drin haben. Ganz ehrlich. Tolle Aktion. Und wenn man danach geht, mit den Geräuschen hier, dann werden wir jetzt gleich einem Boss gegenüberstehen. Und ich hoffe, ich finde noch ein bisschen Munition hier. Was ist das hier für eine Waffe? Naja, nicht besser. Wir könnten natürlich jetzt anfangen, Militärmund zu benutzen. Aber wir finden keine mehr. Wir haben 11 Militärmund. Das bringt es total. Und warum hat gerade die Batterien gepiept? Ah, okay. Tja, ja. Auf. What the fuck? Fuck. Der hat mich angesabbert. Ja, fall runter. Oh, nein. Oh. Oh, oh. Hinter, hinter, hinter. Oh, scheiße. Wo ist er hin? Müssen wir ihm jetzt hinterher? Oh, oh. Und kommt es heute nochmal zu Munition? Oh. Oh. Ja, es kommt nochmal zu Munition. Hier nachladen. Da auch einmal nachladen. Und hier ist nachgeladen. Was ist das denn bitte schön für eine Waffe jetzt? Warten wir. Okay. Nicht wirklich, Leute. Okay, 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 okay. Wo bist du? Wow. Scheiße. Jetzt bin ich ja wohl gearscht, oder? Tja. Letzter Speicherpunkt, laden. Boah, Leute, das hilft mir nix, wenn ich keine Munition mehr hab. Dann kann ich machen, was ich will. Ähm. Es war so klar, ich komm nicht mehr hoch. Ah. 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 Puh. Das war's. Okay. Ich muss mich hier sau konzentrieren. Entschuldigung. Oh Gott. Sei Dank. Oh. Der fette Brummer ist hinüber. Nein. Nicht nur mehr fette Brummer. Oh. Scheiße. Das ist viel schlimmer. Oh. Wo schwimmen wir jetzt hin? Bitteschön. Ich meine, ähm... Boah. Die Musik hat mir die Ohren weggefetzt. Schwärze. Der Schweinepriester. Boah. Der Bosskampf war gerade echt hart. Wir müssen gucken, dass wir wieder Muni besorgen. Und zwar echt gut viel Muni. Aber wir haben nicht mal mehr Minitär-Muni, mit der wir irgendwas kaufen können. Oh. So. So. Jetzt sag mir, dass ich hier irgendwo Munition hab. Bitte. Bitte, Muni. Ähm. Sieht richtig mau aus gerade. Was haben wir bekommen? Okay. Dann wollen wir mal weiter. Hallo? 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 Na, wie ist diese Anna nochmal? Eine Geisel. Wir brauchen sie, um mit dem Orden verhandeln zu können. Achte nur darauf, dass sie eine Gasmaske dreht. Wenn sie infiziert wird, ist sie tot und nützt uns nichts mehr. Was machen wir denn mit ihr? Sperrt sie ein und behaltet sie im Auge. Wenn irgendetwas passiert, rollt dein Kopf. Ich hole sie ab, wenn wir gefertig sind. Ah, okay. Entschuldigung, ich... äh, raten. Wen haben wir hier? Was machen Sie da? Bitte, Sie dürfen uns nicht töten! Wir haben den Befehl von der Führung der Roten Linie, die F-Admin zu stoppen. Und ihr seid alle infiziert! Ihr habt den Mann gehört. Wir müssen euch töten, um die Metro zu retten. Ah, wir haben nicht einmal Fever! Wir sind... Ah, die Schweine... Wir müssen gar nichts treffe! Nicht einmal aus dieser Entfernung! Unglaublich! Koch! Was macht er schon? Er stirbt sowieso bald! Wir sind hier, um sicherzustellen, dass er stirbt! Gib ihm den Rest! Sauerei! Ich komm dir da hin! Da kann man jetzt nichts dran machen! Spül desinfektionsmittel darauf, wenn wir zurückkommen! Awww... 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 Wir sind hier nicht zusammen! Wie schnell wir hier waren! Normalerweise kommen die Neuigkeiten, die überprüfen sie, machen Pläne, geben Befehle... Das dauert eine Woche! Mindestens! Zwei Wochen mit Politikern! Also was? Wir waren hier an dem Tag, nachdem es los ging! Die haben noch nicht einmal angefangen zu sterben! Ah, so ist das also! Sieh mal, behaltet es besser für dich! Macht für uns keinen Unterschied! Wir halten uns da raus, verstanden! Ja, natürlich! Scheiße! Tja... Adios, Muchachos! Was haben wir denn da? Ah... Ähm... Okay... Oh, auf N1 Nachtsichtgerät? Krass! Nein! Aus damit! Okay... Oh... Erstmal Licht aus! Was haben wir da für eine Waffe gehabt? Das ist eine... AK, aber eine schlechtere, wie ich hab... Jetzt brauche ich... Ah, scheiße! Eine 2. Nachtsichtgerät ist natürlich jetzt schlecht, ne? Ähm... Naja, ich hab ne Markazin-Vergrößerung dran, ne? Und einen längeren Schlot vorne! Oh, ist das hell! Ah... Aber Hauptsache, wir haben jetzt erstmal wieder... Munition ein wenig! Wirklich nur ein wenig! Erstmal weiter im Dunkeln rumschleichen hier!